Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es um die Begriffe Verkettung oder den Verkettungsfaktor. Und dazu habe ich mir hier mal so ein kleines Bildchen gemalt. Das soll jetzt quasi unser Drehstromnetz sein. Also wenn ich es ein bisschen anders zeichne, ich weiß immer, das ist gewohnt, L1, L2, L3 so untereinander. Und auf der linken Seite sind die gebrückt. Aber ich stelle euch mal ganz kurz einfach nur unser Drehstromnetz vor. Dann habe ich ja, wenn ich in der Steckdose bin, oder an der Steckdose bin, habe ich einen Außenleiter, zum Beispiel L1 oder L2 oder L3. Und ich habe den N. Und das ist nichts anderes, unser Netz ist nichts anderes als eine Sternenschaltung. Ich habe hier einen Außenleiter. Dann habe ich eine Spule. Das ist in dem letzten Trabo-Häuschen. Und ich habe ein N zur Verfügung. Das ist der Sternpunkt. Das heißt, das ganze Ding ist eine Sternenschaltung, um genau zu sein. Und ich habe also, wenn ich in einer Steckdose, oder wenn ich die Spannung in einer Steckdose messe, Schutzkontaktsteckdose zum Beispiel, dann messe ich 230 Volt. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit, zwischen zwei Außenleitern zu messen. Also L1 gegen L2 zum Beispiel. Dann würde ich 400 Volt messen. Und genau zwischen diesen beiden Spannungen, also zwischen zwei Außenleitern, L1 und L2, 400 Volt, und zwischen einem Außenleiter und dem N, was dem Sternpunkt hier entspricht, habe ich 230 Volt. So, das habe ich hier nochmal so ein bisschen aufgeschrieben. Achso, vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, bevor ich weitergehe. Wenn ich jetzt einen Motor habe in Sternenschaltung, dann gilt dasselbe auch. Da kommt der Verkettungsfaktor auch vor. Und ich könnte hier auch jetzt drei Widerstände haben. Zum Beispiel Heizwiderstände, beispielsweise beim Durchlauferhitzer. Dann wird das Ganze auch gelten. Es kommt immer nur darauf an, dass ich zwei Spannungen in ein Verhältnis setze. In dieser Form. Und bleiben wir jetzt mal bei unserem Drehstromsystem, bei unserem Drehstromnetz. Ich habe also eigentlich nur zwei Spannungen. Ich habe die Spannung 230 Volt, immer zwischen einem Außenleiter und dem N. Und ich habe es hier oben mal elektrotechnisch geschrieben. Also, wenn man elektrotechnisch diese Pfeile hier benennt, dann bleibt man üblicherweise einfach bei großen Buchstaben und Zahlen. U für eine Spannung. 1 heißt, die Spannung startet bei L1. Deswegen ist der Pfeil auch von L1. gegen N. 1 N. Wenn ich N1 haben wollte, möchte ich den Pfeil andersrum zeichnen. Hier seht ihr das auch. Von L2 die Spannung von U L2 zu N. Und hier ist der Pfeil von L1. Deswegen ist hier eine 1 zu L2. Deswegen hier eine 2. Hier habe ich jetzt mal alle Möglichkeiten aufgeschrieben. Habe ich da oben nicht alle ins Bild gemalt. Weil es ein bisschen unübersichtlich wird. Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit, das hinzuschreiben. Wenn man eine Formel schreibt, dann üblicherweise so in einer mathematischen Schreibweise, dann stellt man üblicherweise die 1 und die 2 jetzt ein bisschen tief als Indiz. Wäre hier aber auch nicht verboten, jetzt einfach die 1 und das N genauso wie oben groß zu schreiben. Und umgekehrt natürlich auch. Man darf das da oben auch klein, also tief schreiben. Okay. Also ich habe eine Spannung von L1 nach N. Von L1 nach N. Deswegen 1 N. Da sind 230 Volt zu messen. Und ich habe es hier mal daneben geschrieben. Die Spannung zwischen dem Außenleiter L1 und dem Neutralleiter N. Dasselbe natürlich bei 2 N. Zwischen L2 und N. Und 3 N. Zwischen L3 und N. Wenn du mal wüsst, woher diese Bezeichnungen kommen. Und ich habe die Möglichkeit, immer zwischen zwei Außenleitern zu messen. Zwischen L1 und L2. Deswegen hier L1 und L2. Deshalb 1, 2. Messe ich 400 Volt. Zwischen 1 und 3 messe ich 400 Volt. Hier 1 und 3. Und zwischen 2 und 3 würde ich auch 400 Volt messen. So. Und jetzt ist es ja so, die beiden Spannungen müssen in irgendeinem Verhältnis stehen. Denn ihr seht, hier ist ja irgendwie so, so eine Schlaufe, wollte ich gerade fragen. Ja, irgendwie zwischen dem und dem Ausleiter sind ja die beiden genau dazwischen. Auch wenn ich natürlich noch einen Sternenpunkt, also ein N habe. Aber die scheinen in irgendeinem Verhältnis zueinander zu stehen. Da muss ja irgendeinen Grund haben, warum wir 400 Volt und 230 messen. Und im Endeffekt genau das ist dieser Verkettungsfaktor. Also ich gucke mir jetzt mal beispielsweise U12 an. Also diese Spannung hier, 400 Volt. Zwischen den Außenleitern. Und teile sie durch U1N. Also ich setze sie in ein Verhältnis. Das ist das Teilen. 230 Volt. Wenn ich das machen würde, ich habe es mal auf drei Kommastellen gemacht, kriege ich ungefähr 1,739 raus. Ungefähr warum? Naja, die Zahl ist ziemlich lang. Und ich wollte ja nicht alle Kommastellen hinschreiben. Und diese Zahl müsste uns ein bisschen verdächtig vorkommen, auch wenn sie jetzt nicht komplett stimmt. Ne, ich mache noch nicht so. Und zwar, wenn wir uns mal Wurzel 3 ausrechnen, und deswegen hier auch ein Ungefährzeichen, ich habe, weil Wurzel 3 ist eine unendlich lange Zahl, habe auch mal auf drei Kommastellen, dann haben wir 1,732. 1,739. Das scheint schon was miteinander zu tun zu haben. Und auch wenn diese dritte Kommastelle hier jetzt nicht stimmt, das ist natürlich Wurzel 3. Denn in Wirklichkeit haben wir auch nicht 400 Volt und 230 Volt. Ich mache das gleich mal an den Beispielen hinten. Auch das sind schon gerundete Werte, und deswegen kommt das nicht ganz perfekt hin. Wir können aber trotzdem sagen, das Verhältnis zwischen den beiden, U1,2, wenn ich keine Zahlen einsetze, und U1,n, ist wirklich Wurzel 3. Und ihr seht, bis auf die dritte Kommastelle, da weicht es nachher ein bisschen ab, ist es auch für die Wurzel 3. Das ist der Verkettungsfaktor. Also Wurzel 3 ist ein Verkettungsfaktor und kommt immer in diesen Sternenschaltungen vor. Also ne, kommt bei Spannung immer in den Sternenschaltungen vor. So, die Spannung sind mit Wurzel 3 verkettet. Und der Faktor, um den sie verkettet sind, ist eben Wurzel 3. Okay. Bleiben wir nochmal ohne als Beispiel hier. Jetzt ist natürlich U1,2 zu U1,n gleich Wurzel 3. Meistens brauchen wir es andersrum. Diese Formel andersrum. Da habe ich die Formel nochmal umgestellt. Wenn ich U1,n kenne, also 230 Volt, und ich möchte die Spannung ausrechnen, ich messe in diesem Fall zu U1,2, dann muss ich also Wurzel 3 mal U1,n nehmen. Das ist also die Formel, um die Leiterspannung auszurechnen, wenn ich die Spannung zwischen Außenleiter und N kenne. Und umgekehrt, ich kenne jetzt die Spannung zwischen den beiden Außenleitern und hätte ganz gerne die Spannung zwischen dem Außenleiter und dem N. Dann muss ich U1,2 geteilt durch Wurzel 3 nehmen. Und das habe ich mal jetzt an zwei Beispielen, genau diese beiden Möglichkeiten nochmal aufgeschrieben. Also, ich kenne U1,n, weil das ist 230 Volt. Dann muss ich 230 Volt mal Wurzel 3 nehmen. Und dann seht ihr schon hier auch, da kommt 98,31 raus, äh, 37 raus. Das heißt, da kommt die Möglichkeit gar nicht 400 raus, wenn ich das so rechne. Aber wir machen daraus immer 400. Solltet ihr so eine Aufgabe wirklich mal rechnen müssen, dann schreibt bitte ruhig 398,73 oder wenn ihr noch mehr Kommastellen schreiben solltet, denn es sind in Wirklichkeit nicht 400 Volt. So. Und auch das andere Beispiel. Jetzt kennen wir U1,2, also die Spannung zwischen den Außenleitern. Das ist 400 Volt. Und jetzt wollen wir mal ausrechnen, wie die Spannung ist. Außenleiter gegen Neutralleiter. Dann machen wir 400 Volt geteilt durch Wurzel 3. Und auch da seht ihr, da kommt 230,94 Volt die Möglichkeit raus. Trotzdem behaupten wir immer, dass es genau 400 oder 230 sind. Ist es aber gar nicht. Ja. Das soll es auch schon für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!